Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In wenigen Tagen fängt die Adventszeit an. Eine manchmal recht hektische Zeit, die aber auch viel Gefreuz mit sich bringt. Zu der schönsten Seite dieser vorwie nächtlichen Woche gehört natürlich das Schmücken der Wohnung. Allem voran sicher mit einem Adventskranz. Neben den fertigen Adventskranz kommen Sie bei GOP auch das Zubehör zum Selbermachen rüber. Strohreifen, Scheren, Flachzangen, Draht und Tannenzwieg in Sortenreinen Bünden aus Nobilis, Nordmantanne oder Buchsbaum oder als gemischte Bünde wie die Konifere. Die gewünschten Äste zuerst auf die passende Grösse zurechtschneiden. Eine Vorbereitung, die man ein paar zusätzliche Hände immer gut brauchen kann. Jedes einzelne Zwieg mit dem Draht festbinden, so dass es gut sitzt und nicht mehr verrutschen kann. Innen die kleineren, ausser die grösseren. Abstehende End unterziehen oder abschneiden und auch gut darauf schauen, dass der Kranz gleichmässig dick und schön rund wird. Nur die Kerzen sollen später brennen. Darum bitte so befestigen, dass sie wirklich gut halten. Bewährt hat sich ein Draht, das man erhitzt, in die Kerzen steckt und dann mit dem Adventskranz fest verbindet. Für zusätzliche Dekorationen empfehle ich Ihnen den neuen Christbaumschmuck in der bewährten GOP-Exklusivqualität zum günstigen Preis. Neben den klassischen Kugeln in verschiedenen Grössen und den traditionellen Farben Rot, Gold und Silber sind das Jahr Accessoire wie Schmuckgierlande, Engelformen und weitere fantasievolle Baumdekorationen gross im Trend. Und mit der Modefarbe Blau, Bordeaux oder Champagne wird nicht nur der Adventskranz, sondern auch der Christbaum besonders farbenprächtig und festlich. In den letzten Jahren sind Lichterkettenen nicht mehr beliebter worden. Warum also nicht auch nach aussen ein Zeichen setzen und die langen Winteröbungen in dem zauberhaften und warmen Glanz erstrahlen an? Neben den GOP-Exklusiv-Marken wie den neuen Christbaumschmuck kommen Sie in unseren Läden aber nach wie vor auch immer die bekanntesten Markenartikel rüber. Smacks. Knuspriger Weizen, wertvoller Bienen, Honig und frische Milch. Niemand kann einem so leckeren Frühstück widerstehen. Kellogg's Max. Unglaublich leckere Smacks. Meine Smacks, das darf nicht wahr sein. Mhmmm. Ah, Smacks schmeckt. Kellogg's Max, die gehören zum Frühstück dazu. Appenzeller Käse, einzigartig würzig. Bei Coop gibt's den würzigen Appenzeller Sûrschwa jetzt zu einzigartig günstigen Preisen. Appenzeller Sûrschwa, bei Coop jetzt günstiger. Nochmal zurück zu der GOP-Exklusiv-Marken. Eine der bekanntesten heisst Gala und hat sich mit besonders guten Teigwaren einen Namen gemacht. Höchsten Teigwaren-Genuss versprechen die gewalzten Nudeln von Gala. Bei dieser Festtagsqualität wird der Teig nicht wie üblich durch Formen presst, sondern echt gewalzt, was man an der feineren Struktur und am festeren Biss sofort merkt. Mit Teigwaren von dieser Qualität macht das Kochen Spass. Das merkt man auch Armin Amrein und seinem Rezept an. Grüezi miteinander. Für meine Gemüsepappardelle mit Lachsstreifen und Limettenbutter habe ich die ganz breiten, gewalzten Gala-Nudeln genommen. Und koche sie im Salzwasser al dente. Rüebeln und Succhetti habe ich in lange Streifen geschnitten und sie separat in wenig Anken weichtünsten und mit Salz und Muschgut abgeschmückt. Jetzt die Lachsstreifen mit Zitronensaft und Salz würzen und im erhitzen Olivenöl kurz schwenken. Für die Limettenbutter 2 Dezis Fischfoh mit 1 Dezis Weissfein und einen Teelöffel kackte Schalotten auf die Hälfte einköcheln. Bei milder Hitze 60g kalte Ankenwürfel einrühren, eine Limettenzeste dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmöpfen, die Gemüsepappardelle oder auf Schweizerdeutsch die breite Nudeln mit dem Gemüse vermischen und auf Teller verteilen. Die Lachsstreifen darauf anordnen, mit der Limettenbutter überziehen und sofort servieren. Preisvergleich müssen wir eigentlich nicht machen. Das besorgen Sie normalerweise gerade selber. Wie wäre es mit diesen Angeboten? Novellinas Orangen aus Spanien im Netz an 2 kg kostet nur 2,50. Und alle Coop-Coup Chantilly im Duopack sind 55 Rappen günstiger. 6 1,5 Liter Flaschen Coca-Cola oder Coca-Cola Light sind 4 Franken günstiger. Neben vielen anderen tollen Spielsachen offerieren wir Ihnen die Esmeralda, der Quasimodo oder der Hauptmann Phoebus aus der Glöckner von Notre Dame für je 29 Franken. Bei der Importparfümerie hat heute die grosse Weihnachtsaktion mit duftenden Neuheiten zu sensationellen Preisen angefangen. Für die Dame, die zärtliche Duftmelodie Biagiotti Sotto Voce Eau de Toilette mit 20%. Erfrischender als Wasser, das Davidoff Cool Water Woman Eau de Toilette mit 20% und das Kenzo Jungle Eau de Parfum mit 20% Rabatt. Für die Herren, die von der Seefahrt träumen, das Boss Element Aqua Eau de Toilette mit 20% und den sexy Flakon von Voix Modellux Eau de Toilette mit 40% Rabatt. Ich bin sicher, auch Sie werden ein duftendes Weihnachtsgeschenk bei der Importparfümerie finden. Denn mehr zahlen ist Luxus. Zusammen mit zahlreichen Spendern hilft Coop Patenschaft seit vielen Jahren, bedürftigen Bergbauern in Ihrem Leben ein bisschen liebter zu machen. Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie ausgewählte Projekte zugunsten von Bergbauernfamilien, die es wirklich nötig haben und auf unsere Hilfe angewiesen sind. Für Ihre Spende auf das Konto Nummer 40-843-7 oder mit dem Einzahlungs-Ski aus der Coop-Zeitung danken wir Ihnen jetzt schon ganz herzlich. Das war's für heute. Das Coop-Studio sehen Sie, wenn Sie Lust haben, wieder am nächsten Mittwoch um die Gleichzeit. Bis dann, auf Wiedersehen. Bis dann, auf Wiedersehen.